Hey Leute, Remake hier! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach einen Rackstame könnt und da auch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das anstellt. Also, viel Spaß! So, kommen wir eben fix zur Übersicht. Ich sagte nur ein paar Worte dazu. Zum Betäuben könnt ihr eigentlich alles nehmen, was ihr wollt. Skorpion ist jetzt vielleicht nicht die beste Möglichkeit, weil damit könnt ihr den schnell töten und es ist halt einfach ätzend. Also ihr könnt einfach einen Bogen, Crossbow, ein Gewehr, alles nehmen, was ihr haben wollt. Also, damit funktioniert es eigentlich mit allen Sachen. Dann zum Essen. Da würde ich auf jeden Fall vielleicht Raw Motten oder Prime Meat nehmen. Kibble geht natürlich auch, aber was Schlechteres weiß ich nicht, ob ich das unbedingt nehmen würde. Oder halt normales Fleisch, weil das hat man immer da, aber ist halt auch schon deutlich schlechter als jetzt Prime Meat oder sowas. Kann getragen werden von keinem Flugsaurier. Kann tatsächlich unter Wasser nur von dem Tuso getragen werden. Also unter Wasser habt ihr dann eine Möglichkeit. Spawn auf allen Maps außer Aberration. Und Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, ja, so dreieinhalb von fünf Schwierigkeitspunkten würde ich dem geben, weil theoretisch, ja, ihr werdet gleich sehen. Also es ist gar nicht so schwer, den zu zähmen, wie man vielleicht denkt. Aber fangen wir direkt mal an. So, Möglichkeit Nummer eins. Ihr nehmt euch beispielsweise einfach einen Raptor oder einen relativ schnellen Dino, setzt euch drauf, schießt den Racks ab, lauft dann weg, bis er euch angreift. Also eigentlich gar nicht so schwer. Ihr könnt ihn halt einfach auslau-, äh, outrun, sage ich einfach mal. So, und damit könnt ihr das dann so lange machen, bis er betäubt ist. Also relativ easy. Und ihr seht auch, mit dem Raptor funktioniert das schon ziemlich gut. Ihr kriegt leider kein Headshot-Multiplayer. Also ist eigentlich egal, wo ihr den trefft. Aber ihr seht, ist gar kein Problem. Und ihr könnt den easy die ganze Zeit abschießen und weglaufen. Und jetzt mal für den Geschwindigkeitsvergleich. So, ihr seht, ihr kommt locker von dem weg. So, Möglichkeit Nummer zwei ist, stellt euch vor, das ist jetzt ein Spieler. Ich habe ja nämlich gerade kein Mate auf dem Server, deswegen kann ich das nicht zeigen. Aber ihr nehmt euren Mate und grabbt den. Der hat jetzt natürlich eine Crossbow oder sowas ausgerüstet. Geht einfach zum Racks. Und, ja, jetzt von hier aus könnt ihr eurer Kumpel einfach auf den schießen. Also das ist eine super einfache Methode. Ihr seht, ja, der greift euch auch nicht direkt an und hat halt nicht diese Höhe. Eigentlich auch eine super, eigentlich die einfachste Methode, wenn man wirklich zu zweit ist. Wenn ihr alleine seid, dann machen wir jetzt aber mit den nächsten weiter. So, kommen wir zur nächsten Methode. Das ist einfach eine Trap. Die wohl einfachste Methode, würde ich einfach mal behaupten. Die ist auch relativ simpel. Ihr baut erstmal hier einmal, so, ihr braucht insgesamt 14 Stone Pillars. Also auch nicht viel. So, dann baut ihr einmal dieses Muster hier. So, und so. Den könnt ihr dann noch aufheben. Dann baut ihr diese beiden jeweils noch ein höher. So, oh, jetzt kommt der aber nichts mehr, oder? Okay, einen Moment. Okay, das war jetzt etwas ungünstig, aber wir können weitermachen. So, dann habt ihr die höher gebaut und dann baut ihr jeweils nochmal drei Stück drauf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Funktioniert jetzt ganz einfach. Der Rex kann hier über die Pille reinlaufen, weil er hier so eine Art Treppe hat. Fällt dann hier rein und kommt hier dann nicht mehr raus. Zeige ich euch mal eben. So, und zwar verfolgt der Rex uns gerade. Das ist wohl auch die einfachste Falle für einen Rex. Also eigentlich super günstig und easy zu machen. Jetzt müsst ihr natürlich nur von einer Seite von diesen Treppen rankommen. Einfach dahinter gehen. Der wird dann einfach jetzt, oder sollte da reinlaufen. So, und ist jetzt schon drin und kommt jetzt nicht mehr raus. Ja, also ihr seht, wirklich super simpel. Ja, jetzt könnt ihr einfach schießen und den hier betäuben und der kann nichts mehr machen. Also eine super einfache Falle. Eine Möglichkeit habe ich aber noch für euch. Die zeige ich euch dann auch eben fix. So, die letzte Möglichkeit ist einfach High Ground. Da könnt ihr einfach entweder von einer Klippe drauf machen. So mache ich es meistens im Early Game. Oder wir bauen uns hier einfach einen kleinen Turm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, sechs ging auch noch drauf. Sechs, dann mit Leitern hochbauen. So, und von hier oben könnt ihr schießen. Ich hole den mal eben dran in Rex. So, und dann nutzt ihr entweder so einen High Ground wie hier. Zack, von hier schießen. Oft verbuggt er sich dann auch irgendwo, wo ihr den dann easy nehmen könnt. Also hier seht ihr, der steht jetzt einfach hier und wird erst anfangen wegzulaufen. Wenn er wirklich schon kurz vor dem Betäuben ist. So, oder hier. Da geht ihr am besten vorher drauf. Und wenn er in Reichweite schießt, ihr den einmal an, damit der Agro bekommt. So, oh, jetzt haben wir es verkackt. So, aber hat noch gereicht. So, jetzt sind wir oben. Ähm, je nachdem, wie ihr spielt, müssten sechs reichen oder nicht. Ihr seht, bei mir reicht es jetzt nicht. Also braucht ihr dann vielleicht acht. Er greift hier gerade, also greift er mich an. Ich habe hier gerade, äh, unendlich Stats an. Aber ich glaube, er greift sogar nur meine, mein Tower hier an und nicht mich direkt. Weil sonst würde ich ja genockbackt werden. Also scheinbar funktioniert das. Aber kann sein, dass ihr dann einfach mal sieben, acht Filler bauen könnt. Aber ist ja auch an sich kein Ding. Da könnt ihr einfach, so. So, zack. Können wir jetzt nochmal hier zwei höher bauen. Und das ist ja dann auch nicht das große Ding, das jetzt ein bisschen höher zu bauen. So, und jetzt seht ihr, sind wir hier in Range. So. Und jetzt dreht er auch direkt um, will uns holen und kann uns hier nichts anhaben. Aber ja, das war es dann wieder mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut und ciao.